Neue Map, Bowl. Kenn ich auch nicht. Da wird gebowlt. Da fliegen die Köpfe nur so durch die Pampa. Ja, den probiere ich mal aus. Für nur schlappe 64.000. Ey, ich habe ja noch 826.000. Na gut, jetzt nicht mehr. Sind wir eigentlich jetzt rot oder blau? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, wir sind rot, oder? Ja, wir sind rot. Was blickt er? Ja. Am Leben geblieben und mal gewonnen. Geil. Keinen Kill gemacht, aber gewonnen. Geil. 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 Scheiße, Mann, ich hab Blutungen. Cool, Runde gewonnen. Warst du am Leben geblieben? Geil. Er hat mir genau in die Fresse geschossen. Das rote Team führt, das muss so bleiben. Ich brauch mal wieder Kohle, Mann. Ich muss mal wieder Kohle einfahren hier. Ich mich natürlich am Dreck rum siele. Dann wird das nichts mit dem Gewinn. Zwei blaue, drei rote noch. Okay, da hinten war ein blauer. Da hinten, da hinten am Auto, oder? Dann sieht es so schlecht. Da ist ein blauer. Zu spät. Oh, nein. Ach, die blauen haben sich gegenseitig abgeschossen. Geil. Schönes Ding. Schönes Ding. Weg die Karre. Geil. Weg, weg da. Gut da. Gut da. Gut da. Gut da. Gut da. Gut da. Ding aber bot's, ne! Das war's für heute. Ein Blauer noch irgendwo. Wo sind die Dinger? Ja, geil. Ah, da vorne sind die Dinger. Ui. Nein. Alter. Wie viel blauer noch? Wie viel blauer noch? Ein blauer noch. Cool, cool. Schönes Ding. Schönes Ding. Geil. Jetzt kommt Kohle rein. Bin mal gespannt, wie viel. 92.000. Ja, geil. Macht Spaß. KT geht auch langsam wieder hoch. Ich war ja mal bei 0,17. Also das war ja richtig. Ich bin überhaupt nicht klargekommen am Anfang. Langsam geht es. Ich habe ja auch erst 12 Matches, wenn man so guckt. Ja, und die Kohle sind wir auch bei fast wieder einer Million. Also die Runde gerade eben, die war ja mal richtig fett. Ja, ich war ja richtig. Scheiße. Mist. schönes ding schönes ding komm borsch borsch junger hol uns runter hol uns die runde jung war ein bisschen blöd von mir da loszustürmen aber ich dachte mir bevor er weg rennt oder sprinter damit es nicht so scheiße wir haben die runde verloren er ist auch noch drauf gegangen was Na bitte, geht doch. 2 Kills. Ich hoffe, das waren alles Gegner. Ja, geil. So gefällt mir das. Schöne Runde, schönes Ding. Da lacht das Herz des Matze. So, von wegen ja mit Pistole rumfuchteln und mich umbringen. Schön. Geil. Geil. Oh, wir müssen gewinnen. Ich bin geldgierig, erkennt mich ja. Der Matze hortet gerne die Kohle. Ach man, Frau Holle. Das war doch nicht nötig. Weg war ich. Nein. Wir verlieren noch. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Nein, er kriegt die nicht klein. Er kriegt die nicht klein. Happy Toast, Alter. Was tust du? Happy Toast hat gnadenlos versagt. Nein, Mann, so eine Scheiße, Alter. Happy Toast. Geil. Deine Rache wird unendlich sein. Ey, renn da hinter mir her und ich krieg's nicht mit. Ich hab nichts gehört irgendwie. Ja, geil. Happy Toast. Geiles Ding. Geiles Ding. Da stand einer oben auf dem Container, Alter. Wie ist er denn da hochgekommen? Lastgeheben. Blei. Gut. Überst. Oh, come on. Mann, nein! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Hätte ich mal geschossen, André. Ich wäre fast vorbei gewesen. Nein! Nein! Sie haben die Runde verloren! Oh nein! Scheiße! Scheiße! Entscheidungsrunde! Nicht mit mir! Mist, die Waffe war leer! Oh, Scheiße! Ja! Die Kohle kommt rein! Die Kohle kommt rein! Ja! Geil! Ah! Jetzt bin ich mal gespannt! Acht Kills! Sieh mal verreckt! Das ist eine gute positive KT immer noch! 125.000! Ja! Oh, ist das geil! Die Kohle kommt rein! Die Kohle kommt rein! Gleich bin ich draußen blei! Gleich können wir zusammenspielen! Oh, knall mich nicht wieder ab! Hey! Ich geh berührt! Was? Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso erschießt mich hier? Ey, was ist denn das für ein Vollbeklopptor? Was ist denn das für ein Vollassi? Der hat zwei Leute hier in der Lobby erschossen, der Vogel! Was ist denn das für ein Arschloch? Äh, 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 das muss... Das ganze... Der hat alle Leute hier erschossen? Ist das ein Vollbeklopptor, Alter! Der hat sie doch nicht mal alle! Der weiß noch nicht, wie es funktioniert, das weiß ich!